Hallo und herzlich willkommen zu Pokémon 2 Edition 2 in der Renovator, was sagst du eigentlich? Wir haben die schon länger jetzt nicht mehr gespielt, weil ich einfach so gefaß, als war mit dem... ...Habagee-Maker-Empfer. Ich glaube, ich habe das noch nicht wirklich weitergebaut, aber... ... werde ich ja noch... So, Flash-Feuer. Was ist Flash-Feuer? Ah, Feuer! Warte... Au! Best Verteidigung? Nein, das ist Angriff. Scheiße. Ach, das ist... Ich habe eine Feuerschwäche. Ja, mit jedem. Natürlich tut er mich verwirren. Was denn noch? Au! Und ich brem... Ich sehe ihn einfach. Habe ich einen Trank? Ich muss ihn heilen. Ja, dass ich verwirrt bin, ist ja der Bisse. Dumm. Ja, der stirbe einfach. Ach. Ach. Das ergibt nicht. Erst. Das soll einfach sterben. Das macht so scheiße viel. Na, Gott sei Dank ist er hier, oder? Alter. Äh, der gelacht. Alter. Wie ist das? Echt schier. Äh, ein Tranker, was ich gerade verschwendet habe. Jetzt muss ich mich extra wieder heilen gehen, na? Ah, ja. Ist das dumm. So. So. Jetzt kann ich... Wie viele Poké-Bälle habe ich noch? Ja, ich kann eh nichts fangen, aber es interessiert mich noch. Wie viele ich noch überhaupt habe. Gott hat dann eh keiner gestorben. Es ist schief, dass er ein Feuer-Pokémon hat. Ich bräuchte ein Wasser-Pokémon oder so. Ich muss auf jeden Fall mehr spielen mit Statuseffekten. Das mache ich irgendwie gar nicht. So, jetzt bin ich gleich bei den Trainern, wo wir das letzte Mal waren, wo wir gestorben sind. Ich weiß noch nicht, ob ich dann noch einen neuen, wenn ich noch mal starten will. Ich weiß noch nicht, ob ich das mache oder nicht. Ich weiß noch, ob ich das mache. Ich weiß noch nicht, ob ich das mache, oder? Ich weiß noch nicht, ob ich dann noch... Am I hollered on? Ich habe schon Angst gehabt. Ich habe wenigstens ein Pokémon, das was den treffen kann. Also das muss ich noch herausstellen. Dass ich wechseln kann, sollte ich eigentlich nicht können. Weil die können sie auch nicht. Die Konversation, das macht ja auch nichts. Warum habe ich eigentlich nur Attacken, die den Gegnern nichts machen? Warte mal. Jetzt ist es aber so weit, oder? Deckel macht man auch nichts, oder? Alter. Deckelkampf. Was macht man eigentlich? Das Imprinz-Diesposter. Muss man auf jeden Fall Deckelkarten, egal was passiert. Ja, Confus-Ray Hypnose. Also er hätte dann die Attack übernommen. Ich mache Confus-Strahl. Das er verwirrt ist. Ich muss einmal hören. Ich mache den Testen. Ich habe mich nicht mehr als ein Programm. Ich habe den Testen. Ich mache mich sehr gut aus. Und dann muss ich den Testen fahren. Auuu Eeeh, schlagst du selber Level 9, eeeh Eeeh Hikmanshee So, ich hab's auch immer nicht daraus gestellt Ok, ich hab's nicht versammelt Warte, aber Kampf macht mir ein anderem Pokémon was, ne, das ist Kiefer Flug, ne So, ich hab's nicht gekozt Ich hab's nicht weg Ja, ich hab's nicht weg Ja, ich hab's nicht weg Ja, das ist so der Legs Ich kann da leider kein Pokémon fangen, in erinnern. Das ist praktisch, wenn man einen Bedroher von Viech kriegt. Maskelwin, was ist das? Da haben wir Hunde. Pek. Pek ist stark. Kann stark sein. Pek. 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 Pek muss dann gleich kämpfen, oder? Pek. 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 Versuch, wie soll ich ja eine Lvl c dort beziehen! ach ... nur öb kackt ihr was an C?! Zandarmo... Au. Voila, das hat gemischt. Passt. Was, der hat mich geheilt. Das heißt, das Pokémon Center muss auch nicht mehr. Dann kommt der an erster Stelle. Bala, genau. Also der komische Typ da. Ich weiß nicht was für was dieser Medaille Kässe da ist. Oder für was ich das überhaupt brauche. Ich bin so dumm. Oh, an der ist... Fest halte ich welche Anliegen versichert. Äh, ja, das ist aber Schlaf, oder? Äh, da. So. Sieben. Sicher, sicher, man weiß ja nicht. Hört sich hinterher erst noch in der Stirn. Ich denke ich ja. Wie viel EP fehlt da nicht? Ja, mal gucken. So. So. Walsch. So. 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 Also So, oh dann Oder... Geht so, dass es noch gut ist, oder? Verdammt! Au! Das hat auch weh... Ich weiß das, ob ich noch wenigstens sehen muss. Komm, schlag dich selber! Muss ich jetzt schon die Bäre nehmen, oder? Fisch? Also, Gesterne. Ehhhh... Ich habe nichts gegen Gesterne. Das Wasser Gesterne... Wer Elex getredet habe ich nicht. Jetzt werde ich mal verwirrt machen Könnte ich auch reinschlaufen Das ist das selbe Raum Ist gut Perfekt Ist doch gar nicht so scheiße gelaufen Es wäre scheiße, aber nicht so scheiße Wir haben immerhin kein Pokémon verloren, das ist ja immer wenigstens jedenfalls Ja, aber wenn er Wasser Pokémon auch noch hat Ist das scheiße Dann weiß ich nicht, ob ich das schaffte, ja Na ja Boden Was gibt's für Bodentypen Wasserböden Ich weiß es nicht Ja, das ist Feuerboden Einmal Konfession noch und dann ausduschen Okay, jetzt noch einmal Konfession und dann ausduschen Sondern chronisch Ich soll mich nicht danken ob das so ist Nein, jetzt muss ich ausduschen Ich wollte ausduschen Hermut, das war es mit dir, ne Ja. Ich glaub, ich könnte es fast geinnern mit mir, oder? Wasserboden! Doppelteam. Ich muss aber ein Doppelteam setzen, leider. Das ralzt sich sofort still. Er senkt meinen Angriff und ich steig meine Verteidigung. Also meine Ausweichchance sollte er nicht leisten. Ja. Ich habe das nicht zu sehen. Mhhhh. Oh, das war eine Ausweich. Ich habe die Ausweichs nicht gesehen. Ach, das ist ein Exakt. er war auch die beste attacke teleport wirklich welches bild ist löschen erst ja ich hab's auch drauf angelegt ich weiß ich hab's ja drauf angelegt dass ein pokémon stirbt ich mach der motto der motto war cool ja 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 in 3 Leveln entwickelt sich Hals, ne? ich glaub Level 15 war's ach aber ich glaub ich werd noch ein zweiter Star verlieren ich muss Doppelteam setzen, das ist erst bevor ich anfange egal was kommt kaputt ok ich muss Doppelteam setzen ich hab vergessen dass er von Boden zu Boden ist ja genau ich hab's du ne ne mal du ne 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 Dann werde ich überhaupt überleben, bevor ich es jetzt noch drehe, dass er mich gar nicht mehr trifft. Einen mache ich noch und dann lasse ich es. Das ist jetzt mal sexierig. Das ist jetzt mal sexierig. Er trifft noch! Wieso trifft er noch? Der eigentliche Softbruch. Ja klar. Muss mich auch hören. So schierig. Oh, ich muss auswechseln. Das ist ja klar. Es ist ja klar. Es weiß ich nicht. Und dann hat er mich. Das ist ja klar. Er ist schon mal so. Aber es ist schon mal so. Der hat den Pseppi-Mörder, ooooh. Das macht gar nichts. Ah, ist das hier. Du hast Familie, dann schlauft's. Sehr schön. Jetzt Teckel. Ja, die Glocke überlebt das schon. Fuck. Drehfilme durch. Ja. Alter. Boah. Kein zweites Pokémon ist gestorben, da bin ich froh. Ja, aber es ist scheiße. Es war allein das Motto gestorben. Es geht noch bis auf den Hintern. So lange keine Ahnung gestorben ist, ist es wurscht. Pfff. Defense Curl. Hm, stärker ist meine Defense. Boah, ich habe nichts. Ich bin froh, dass sie da spielen. Ich habe auch den Schimmel gemacht. Ich habe mir den Rupit-Chimiker gemacht. Ja, das ist etwas, was schon ultra lang nicht mehr funktioniert, das Gear. Ich würde gerne in die nächste Stadt und... Ach so, da ist ja nur die Arena... Nein, stimmt gar nicht. Superbo... 10... Ich muss was kaufen... Sonst... Geh nicht nochmal ran! So... Das ist so schief... Das ist so schief, das schon wieder dumm ist. Erst! Ich frage mich immer, wie wir so schnell sein können. Vielleicht scheitert es ja an den... Böden ist... Böden ist... Böden ist so ein Scheiß... Mhh, kommt jetzt um. Das ist auch ein Mist... Ja, das bringt sich eigentlich nur was... Jaaust, drifft doch. Ke bitte. Bitte drifft! Nein! Ich muss wechseln. Ein Schnürfler. Ist ja nicht vielfach effektiv gegen Stau. Geil. Geil. Nein, da... Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.